Jo, ein, zwei Runden noch Zum Abschluss, hallo utopisch Und Chitonka, dankeschön für den Weezer beim neunten Leute, das war Absolut insane, Alter Oh mein Gott Lila ist kacke, Lila wird immer kacke bleiben Jo, die lohnt sich heute auf jeden Fall Noch nach 75k verloren, keine Schlägerei gehabt Ähm, was schreibt mir, Mila Ich bin ganz kurz im Wartezimmer Ich bin ganz kurz im Wartezimmer Viel Zeit Hallo? Was ist denn, nobody? Sind die Füße wieder sauber? Ja? Du hast vor lange gepisst. Warum genervt? Muskelkater? Du sitzt wie ich vor dem Computer, einfach Beine hinterm Kopf. Und dann die ganze Zeit wiggle, wiggle. Kann mir irgendjemand 5 Euro leihen für Lucky Strike Softpack? Erdgeburtstag. Wir haben auch gestern, nachdem wir aufgehört haben, zum Zocken eine halbe Stunde später ein Update gepusht, ne? Also mit Fixes und so. So, ich mach mal eben das Spiel an. Schade, dass du... Aua, Hass. Da ging nur mächtig die Post abgerad. 300 MB. Ja. Ähm. Was war denn nochmal? Ach stimmt, wir haben versucht Lucky abzuholen und die haben uns die ganze Zeit observiert und so ein Quatsch. Hm. 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 Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Hat die Mila Schlägerei mit Napaskinder gehabt? Jeden Tag. Immer wenn die zum Bäcker geht. Wir representen nämlich auch Full Color Bang im Real Life, Alter. Ich gehe ohne grüne Klamotten, gehe ich gar nicht aus dem Haus. Die Leute nehmen... Ja, das ist... Voll ekonomisch. Was geht denn jetzt ab, Alter? Was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Video demuten muss, ne? Wegen der Mucke. Versteck man nicht. Privates Spiel. Yo, Cat Jam, Alter. Hm. Wiggle, Wiggle. Voll cool. Wartest du, wenn man die abschmeißt? Happy Birthday. Oh mein Gott. Happy Birthday. Pasmophobia. Hm. Happy Birthday Ghost Hunting Distribution. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. So cool. Hast du Coach schon geschickt? Ja. Okay, dann muss ich nochmal... Einmal umschalten kurz. Oh fuck, ich bin auf Einzelspieler gegangen. Nein. Verlassen. Hab ich gemacht. Alles kaputt. Mehr Spieler. Connection verbindet. Wir warten im Spiel. Okay. Du hast ein Partyhütchen auf. Echt jetzt? Ja. Du auch. Du hast ein Partyhütchen auf. Soll man den Giffy mitspielen lassen? Ja, okay. Okay. Aber der Giffy darf nicht kicken. Ja. Hallo? Du darfst nicht kicken. Nein, okay. Und du darfst auch nicht die Luftballons wegschießen. Ja, okay. Ich schwöre, ich tue so, als ob ich Angst habe, okay? Nein, das soll es nicht so tun. Du sollst spielen. Okay. Du musst halt nicht Angst haben, aber nur mal spielen. Warte mal, die Luftball... Lauf du mal da durch, Mila? Die sind klientseitig. Die sind nicht mal... Licht. Wir machen Party. Das ist ja wie Fußball. Ich schmue mich, TeamSpeak. Tor! Noch vor, ein Tor, noch Tor, vor. Fußball! Hier, fang! Hab schon geschmissen, der liegt hinter dir. Das ist ja cool. Schmeiß! Hab ich doch! Ach so. Der kommt wieder zurück zu dir. Ich bin zu dumm. Hier! Tor! Tor! Gar nicht. Na klar! Na klar! Das steht gar nicht! Na klar! Seht wohl! Tor! Nee, Pfosten! Die Couch ist da Tor! Na klar, die Couch ist da... Das kannst du gar nicht... Pick dich! Tor! Nee, du hast ja ein viel kleineres Tor, als wie ich. Assi, Arsch! Wie nah kommt? Du darfst nicht so nah kommen! Darf ich wohl! Nein, das ist unfair! Du schummelt! Ich geh in meinen Schrank. Was willst du tun, Tor? Tor! Ich hab gewonnen! Lass mich in Ruhe! Du darfst nicht in meinen Schrank! Ich komm nicht rein, weil da ein Ballon drin ist! Du kommst nicht rein, weil du doof bist! Boah, weißt du was? Fuck you! Ha! Yo! Let's get the party going! Yo, Jojo! What's cracking? Yeah, what's cracking, fool? Yo, what's cracking? Fuck K... Fuck KDB, yo! Ja, fuck KDB! Scheiß mal was genau! Ja, man! Ihr müsst hinzufügen! Hab ich schon! Oh! Oh, guck mal jetzt hier! Okay! GrooveStreetFamilyForLife Du musst Lucky Lucky mit Sicherheit higher machen. Der war nicht in TeamSpeak. Spielen wir ohne Dings wieder? Ohne Taschenmonto? Oh, komm, seid ihr so... Oh, was geht... Oh, drück mal Escapes neu! Alter! Oh, wie cool! Oh! Kopf gewackelt! Sollen wir ein Gruppenfoto machen? Was meinen die mit Kopf wackeln? Nee. Okay. Weiß nicht. Audio! Warum spielst du... Kopf gewackelt an! Kopf gewackelt ist, wenn du gehst, quasi, dass die Kamera so mitwippt, sag ich mal. Ah! Meine Kamera darf wippen. Ah! Ja! Hätte mich... Helligkeit! Sichtfeld! Oh! Größe Helligkeit! Aber läuft doch viel flüssiger, oder? Ja, läuft doch gut! Man hat jetzt... Uncapped FPS, glaub ich. Nausbefündlichkeit... Krass! Warte, du musst kurz einmal eine Coins bei dir im Chat wetten. Warum? Was wird schon wieder gewettet? Ob du eine Runde überlädst? Klar, Mann, ich bin Profi. Was ist denn das? Ich wette auf Nein und dann bete ich dich in den Tod. Ah, nee, so tropisches Filtern. Okay, an, an, an. Bloom, aus. Statt an. Was kann ich mitnehmen? Oh! Mashallah! Mashallah! Mashallah, mach nochmal! Okay. Ich krieg da Menü nicht mehr zu. Oh, jetzt. Ähm, Lisa Johnson heißt die. Ich nehm Parabol mit. Ich nehm... Geisterbohr. Ich nehm Buch mit. Machen wir mit Taschenlampe oder ohne? Ohne. Okay, ohne. Ohne. Ich nehm Buch mit. Und Videokamera nehm ich mit. Dann nehm ich Fotokamera mit. Ich nehm Schlüsseln. Hat einer schon den Wackage-One? Ich nehm Bewegungs-Sensor noch mit. Ich nehm hier EMF-Reader mit, ne? Okay. Und V-Rex, danke für die Reset im 37. Monat! Ja, danke für den Reset. Danke. Danke für den Reset. Dankeschön. Wir gehen jetzt rein. Ich bin schon drin. Ich auch. Wenn... Ich seh nix. Ich kann kusch sein eigentlich. Wenn einer den, ähm, Dings findet... Jemand muss Licht anmachen gehen. Wenn jemand den Knochen sieht... Dann bitte Bescheid sagen. Lisa Johnson. Lisa Johnson. Kann jemand Strom anmachen? Danke. Wie, du hast den Geist. Na, ich hab den Geist. Wo ist'n der? Hier. In Waschküche, glaub' ich. Waschküche oder Küche. Hier ist der Knochen. Auf jeden Fall ist der hier die ganze Zeit an der Tür. Woher weiß'n das? Ja, weil der hier die ganze Zeit an der Tür ist. Wo? Hier. Ich glaub Waschküche ist es. 3,4. Oh. Ne, ne. Hier. Küche, Küche. Oder? Küche, Küche. Ja, oder Küche. Keine Kicker. Was ist es auf jeden Fall? Have a beautiful time. Genau, keine Kicker. Keine Kicker. Macht euch nicht über meine Aussprache lustig. 9,2, 6,4, 5,4 und hier haben wir 3,7. Lisa Johnson, schreib ins Buch. Hey, sag doch nicht den Namen. Ja, aber die soll ins Buch schreiben, sonst weißt die doch nicht. Lisa Johnson, schreib ins Buch. Seit wann Blitz ist denn draußen? Hast du schon mal Gewitter gesehen? Ja, aber... Bist du hier? Ja. Wie alt bist du? Oh mein Gott. Hier drin. Wie alt? Geisterbox. Alt. Oh, Geisterbox ist neu. Ähm. Geisterbox. Eintragen. Oh, ist neu, ist cool. Ja, das sieht echt cool aus. Foto. Wo ist denn Geisterbox? Geisterbox. Äh, ich hol, ähm, Fingerabdrucktaschenlampe. Ja, okay. Wie alt war der? Hä? Was denn? Alt, der war alt. Alt. Ich will auch mit dem Regen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Falk auf Englisch. Hold are you. Nein, ich kann auf Deutsch fragen. Warte. Wie alt bist du? What if you're making here? Wie alt bist du? Oh, der hat die Tür aufgemacht, ne? Nee, hat der nicht. Doch, ganz leicht. Oh, Fingerabdruck. Wie alt bist du? Warte, ich hab Kamera dabei. Wo? Wir haben entweder ein Phantom oder eine Geisterbox. Äh, Phantom oder eine Geisterbox. Ähm. Phantom oder Poltergeist. Poltergeist oder Phantom. Boah, hast du richtig cool gemacht. Nee, wir spielen ohne Mods. Ich skippe Mods in dem Spiel. Wie alt bist du? Oh, Schlüssel. Auto, Schlüssel. Was ist das? Auto. Alarmanlage. Wie alt bist du? Ich dachte, der jagt. Oh, das Licht ist viel besser als vorher. Wo bist du? Oh, der hat geredet. Der hat gesagt, behind. Kann gar nicht sein. Behind ist Küche. Wie alt bist du? Na, ich will noch aufsuchen. Was willst du? Was willst du? Lisa Johnson. Kann ich eine Frage stellen? Ja, okay. Ja. Wo ist das? Auf dem Boden. Bist du freundlich? Kam gestern noch ein Update, deshalb sieht das jetzt so aus. Was willst du? Oh, mein Gott, ich hab die gesehen. Oh, der Projektor raus. Der ist durch, mein Körper durch. Ich hab die Geisterbox fallen gelassen. Wir haben den Phantom. Ja. Oh, oh. Pack dich, ich bin aber gut. Sind wir schon fertig? Nee, wir müssen die Aufgaben neu erledigen. Räuche auf Städtchen und nimm Salz. Nimm Salz mit. Ich nehm Räucherstäbchen mit. Eigentlich ist da der gar kein Salz. Eigentlich ist da der Mayonnaise. Ich nehm gar nichts mit. Ich muss während der Jagd, muss ich räuchern. Ja, dann muss der Goofy auch Räucherstäbchen mitnehmen. Okay, ich hole da. Der Geist klingt aber nicht... Du musst Feuerzeug mitnehmen. Hab ich? Nee. Du darfst die noch nicht anmachen. Du nimmst den Räucherstäbchen dann in die Hand und drückst dann F, wenn du anmachen willst. Curtis, hast du ne Fotokamera? Ja. Dann kannst du versuchen, noch ein Foto zu machen. Fick dich, Mayo. Der ist durchgelaufen. Ja, ist doch gut. Der läuft irgendwo. Warte, warum hört man den? Zeig dich, Geist. Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Lisa Johnson. Hieß die so? Lisa Johnson? Gib uns ein Zeichen. Was willst du? Er redet nur, wenn man alleine ist. Papa. Was willst du? Oh mein Gott. Halt's Maul, hör auf zu flüstern, Junge. Ich hab Angst. Ist doch bald Halloween, ne? Buki, Buki, Buki. Ja, ich kenn deinen Geatm. Gefällt dir immer, wenn ich den Geatm. Lisa Johnson. Ach, das Licht aus, dann gehen die Sanity schnell auf und nach. Aber nicht mich allein lassen, wo seid ihr? Ich bin hier bei dir. Okay. Ich hab selber Angst. Sollen wir jetzt küssen? Was? Nein, du bist zwölf. Geh weg. Oh mein Gott. Mila. Was denn? Komm, nicht so herangeschlichen. Entschuldigung, dass ich lebe. Coco. Coco. Ich glaub, wir sollten nur mal im Bus, wir müssen den Namen nochmal wissen. Warum? Lisa. Lisa. Hier ist ein, hier ist ein, hier ist ein Brett. So. Brettchen. Du kriegst auch ein Brettchen. Oh mein Gott. Oh. Hier. Coco. Ja, wo ist ihr? Coco. Okay. Nein, das ist Giffy. Wo ist die Mila? Hier. Ah. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Ah, der hat doch schon anwortet. Wo bist du? Wo? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich mach Foto. Wie alt bist du? Ich hab einen. Oh, du Idiot. Wo bist du? Ich dachte, die Suche... Halt doch auf, Mila. Wo bist du? Wo? Du blöde Kuh. Keine Kicker. Oh, ich bin voll zusammengezuckt, weil du Oh-Oh gesagt hast. Hör auf. Hör auf. Ach, der hat anderen Moped. Ah, wo bist du? Mila, dein Arsch ist im Weg. Was für mein Arsch. 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 Kit, komm, wir müssen in die Küche. Was für mein Arsch. Ich bin schon verrückt. Lisa Johnson. Töte uns. Nein, zeig nicht. Hey, keine Kicker. Oh, ich kann die Hunde nehmen. Der jagt bestimmt nur, wenn man alleine ist. Also, wir gehen schnell in den Bus. Wie alt bist du? Nein, der jagt mich alleine. Wie alt bist du? Der will nicht antworten. Ich bin schon verrückt. Giffi, frag du. Wie alt bist du? Mit dir redet der gar nicht. Versuch auf Englisch. How age are you? How age are you? Der antwort ist sogar... Der antwort ist... Der antwort ist... 75 war das, glaub ich. Sag noch mal. How age are you? 75. Where you are at. Where you are at. Where you at are. Do you bang caps? Is it us? Which sport team are you banging for? Pool? What's your location? How many? Oh, oh. Ich sehe die nicht. Da. Oh, mein Gott. Pack this shit, I'm out. Bro, die hat so eklig gelacht. Alter. Die hat so eklig gelacht. Die hat so eklig gelacht. Ich weiß nicht, ob ich ein Foto habe. Oh, mein Gott. Yo, ich habe ein Foto. Sehr gut. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Yo. Hast du den Knochen auch mitgenommen? Ja, habe ich. Ich bin doch kein Anfänger, man. Sehr gut. High five. High five. Achso, Kopf. Kopfnuss. Nur Giffy ist gestorben. Wer? Weiß ich nicht. Oh, das gibt jetzt Cash, man. Yo. Und direkt Disco Disco. Und direkt Disco Disco. Kai, ich kann nicht mehr aufstehen jetzt. Hallo? Kann ich aufstehen? Cut, Jam und Wiggle. Cut, Jam und Wiggle. Seit wann ist denn der Geist? Cut, Jam und Wiggle. Cut, Jam und Wiggle. Cut, Jam und Wiggle. Und Jammies. Und Jammies. Cut, Jam und Wiggle. Giffy, du Loser. Ich kann nichts dafür, man. Noch eine Runde. Jetzt die Musik am Lautesten. Jetzt der Fixball. Disco Disco. Disco Disco. Disco Disco. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gotcha, da haben wohl einige die Wette verloren. Also wer gegen mich wettet in solchen Spielen, ne? Der ist selber schuld. Ich bin absolutes Tier im Geisterpommes. James White. Ich mach wieder, ich nehm wieder Buch, Foto. Und... Ich nehm Geisterpommes. Und ähm... Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn, Alter? Gut, Sie fix. Und Foto. Gut, Sie fix. James White. Geisterzustand 25. Quack des Schirama. Quack des Schirama. I bet you can lead me with the quarter, with the quarter. Okay, wo ist das Licht? Ich sehe nichts. Oh, wir haben hier direkt einen Sound. Hier wird irgendwas rumgebrochen. Hier ist kein Strom. Doch, hier. Hier ist ein Sound gewesen. Irgendwo war hier unten ein Sound. Hey, nomine Patriot, Willi, du, Santi. Hey, nomine. Hey. Hast du die Bude, Alter? Ring, ring, ring. Banana Phone. Gibt's hier überhaupt ein Lichtschein? Da hier. Irgendeiner hat uns Pissoir geschmettert. Weißt du was? Ich bin tapfer, ich gehe in den Keller. Oh, oh. Mila war nur auf Klo, alles gut. Mila, hast du abgezogen? Ja, alles gut. Ich gucke. Boah, stinkt's hier. Boah. Ich wollte gucken, ob bei Frauen auch Nüsse drin sind. Was zum Teufel habe ich da gerade gesagt, Alter. Hey, Kurtis. Oh. Oh, mein Gott. Mach doch die Tür nicht zu, du Wichser. Wo bin ich? Oh, mein Gott. Der letzten Baul, Alter. Wo war der? Ich denke, er ist hier im Flur. Ich denke, er ist hier im Flur. Der hat gesagt. Ja, der war hinter mir, ist auf mich zugerannt. Und dann... Komm, Fautila. Ja, lassen wir die da jetzt alleine? Bruder, die ist Level 8000, Alter. Ich hab Angst. Nimm mal irgendwas mit hier, Dings, für Fingerabdruck oder so. Wie alt bist du? 13. Fingerabdruck hier bei mir. Ach, ich komm, ich muss fotografieren. Oh. 7 Grad. Warte, der Geist, du hast du dir in den Mund gekotzt. Ich hab gekotzt. Oh, der ist auf Klo. Ich hab nur meine Kutze runtergespielt. Brauch ich das hier noch für... Ich nehm das nochmal mit. Gegrad. Nee, brauchst du nicht mehr. Aber macht mir Licht. Oh, mein Gott. Alter, ich mach schon aus. Ähm, hast du ein Autoschlüssel schon? Achso, nö. Ich wusste nicht, dass man ihn dafür braucht. Mach jetzt aus. Haben wir den Knochen schon gefunden? Ja. Erstmal Twitch gucken. Twitch.tv.tv.katskosch. Oh, wieder am Deutschen. Klingt ein neues. Wie immer, ne? Da kriegst du keine 5 Euro mehr von mir. Ne. Ich hab mir extra Cola geholt und, äh... Ich geh jetzt da runter. Extra eine warme Wanne eingelassen. Ich seh nix. Ich seh selbst mit diesen Dingen hier nichts. Warte, vielleicht muss ich doch schütteln. Ja, oder bringen wir es. Schütteln doch mal. Hertha. Wirklich? Hertha. Ja. Hallo? Ist jemand? Ich bin zu einsam. Bist du hier? Ja. Packt die Antwort wieder ganz auf Deutsch. Wölf, by the way. Guck mal, ich hab's wieder angeschüttet gekickt. Doch nicht. Also hier ist auf jeden Fall nicht kalt, Milo. Ich geh mal in den Orbs gucken. Ich hab Hunger. Können die Licht ausmachen? Hier ist kein Licht an. Nur die Götzinger. Er ist nicht im Flur. Er ist nicht im Flur. Ähm. Bist du hier? Wie alt bist du? Geh mal weg. Okay. Bye. Have a beautiful time. Bist du hier? Nee, die ist in der Garage. Wir haben Gefriertemperatur. Okay. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Ohne Kickengefühl. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Lass mal rausgehen, Mila. Lass mich mal allein mit dem Quatschen. Ich will nicht allein sein. Hallo? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wer bist du? Warte. Ich bin hier. Wo bist du? Das Buch muss da rein. Was willst du? Der will nicht reden. Lass mich mal mit dem Quatschen hier. Okay. Du die Kamera. Where are you at? Where are you at? Der macht schon dick. Kann keine Geisterbox mehr sein? Oh, oh. 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 Hallo? Ja, das war der Geist von Jack, ne? Ja. Das war der Geist von Jack. Wir haben keine Ops. Keine Ops. Eisen, Dankeschön für den Reserb im 52. Monat, Bruder. Und Flex, Dankeschön für den Reserb im 24. Dankeschön. Ja, man dank dir. Was haben wir überhaupt jetzt schon? Ähm, Gefriertemperatur und Fingerabdrücke. Echt keine Ops, ne? Wir brauchen ein Foto von dem. Und Cozifix. Müssen wir mitnehmen. Wechsel mal die Kamera, ich brauche mehr. Wer nimmt Cozifix? Ich habe ein Cozifix. Ich habe das andere. Okay. James White heißt er. Bye, have a beautiful time. Okay, Caleb, danke schon für den Reserb im 16. und den Duplo kannst du ja sonst vorhanden stellen. Caleb. Caleb kommt übrigens nicht auf Nifty-Zocken, weil er Angst hat, dass er durch 5M Viren bekommt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.